Wie ist die Stadt der Stadt? Sehr gut eigentlich. Die Stadt gefällt mir, besonders wenn wir ein paar sonnige Tage draußen sind, wie jetzt gerade. Aber auch das Training, die Mannschaft, ist alles gut. Es ist ein sehr schönes Umfeld, es macht Spaß hier zu arbeiten. Wie ist die Stadt der Stadt? Ich habe das Programm seit dem Start verfolgt und bin auch schon in engem Kontakt mit dem Coach gewesen für die letzten zwei, drei Jahre. Besonders hier wurde mir die Option geboten, auf einer neuen Position auch zu spielen, mich da auszuprobieren. Aber es ist doch ein reizvoller Standort mit den ganzen Möglichkeiten. Man kann den ganzen Sommer trainieren, man kann immer in die Halle, es ist eine Superhalle, es ist alles erstligareif hier. Das sind alles Sachen, die dafür gesprochen werden. Ich sage mal, Playoffs auf jeden Fall erreichen, dann gucken wir, wie weit es geht.